Ich nicht dabei haben und wer will mir nur auf den sack gehen Hier sind lauter seaf Mach bumm alter mach bumm und freund macht um So, wech mit euch Ihr seid tot, es hat nicht mal Nicht mal 10 Sekunden gedauert Wow, klasse Hier ist ein Schokobo Ich hör das, ich riech das Ein Stinkvogel Wo ist der Stinkvogel? Da unten ist der Stinkvogel wahrscheinlich Wir werden aber erstmal Diesen Zeitspalt hier Beseitigen Die Anonomalie Ja, wer dabei sein will Also einfach den Beitrag Kommentieren auf facebook.com slash djbny.de Oh, fuck Ah Werte mal Rätsel 1 gelöst Ach, cool Uiuiuiuiui Entschuldigung Das war ja mal ein Nieser hier Oh, Hilfe Das geht ja gar nicht Boah, das war ein halber Herztod hier Oh, ich glaube ich werde alt Aber so richtig Alt und durchgeknallt Ach du Scheiße Äh Hey Leute Ich glaube ich schaff's nicht Schwindender Boden So Behebe die Anomalie Ja, ich weiß Weißt du aber wat? Wir machen das mal so Äh Warte mal Wie machen wir das jetzt am besten? Ah, okay, okay Ich hab's verstanden Ah Ja Neuer Versuch Man will mich doch verarschen Ich bin jetzt gerade am überlegen Weil Guck mal Wenn wir jetzt da lang gehen Ist kacke Wenn wir da lang gehen Ist auch irgendwie kacke Ah, ich hab's geschafft Guck mal Bin ich gut oder bin ich gut? Oh Er ist gestorben Achso Ah, okay Wunderkalkstein Nein, ich frag immer Wenn ich ne Nachricht kriege Äh, und Kann nicht sehen Äh Was derjenige schreibt Dann frag ich immer Oder auch wenn ich jemanden Akustisch nicht verstehe Äh, frag ich auch immer Wer ist gestorben? Wer ist tot? Also mein Standardspruch So, bin ich jetzt gerade am gucken Oh, dann sind wir hier in Erbe Was, kupo kupo? Ist ja auch wieder ein Zeitspalt Oh Das ist doch was Feines Cool Ich hoffe es ist nicht wieder so ein blödes Kristalluhrrätsel Obwohl Wir haben die letzten Jahre leicht geschafft Okay So Uiuiuiui Ganz, ganz, ganz viele Nachrichten Äh, gekriegt Bei Facebook Schon Ah, jetzt muss ich überlegen Überlege Überlege Ich glaub Ich glaub Ich geh hier lang And then I go Sehr lang No I am falsch Shit Ach fuck Jetzt hab ich wieder Kacke gebaut Siehste Siehste Hab ich's Mist gemacht Hab ich's Hab ich's Feuer gemacht Ach man Ist ja gar nicht so einfach hier Ah, jetzt bin ich gerade am überlegen Scheiße Äh Ach ja Wir gehen jetzt aber mal hier lang Ah Ne Ne Das ist schon komplett falsch Guck mal Wir müssen irgendwie ganz anders dahin Ach ich hab's Guck, 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 guck Rätsel eins gelöst Was, das war das erste Rätsel Ach du Scheiße Ach du Scheiße Nee Tu mir dann mal nicht an hier Oh nein Ja, okay Ja, okay Nochmal Beheber Der Anomale Komm 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 Ey Du willst mich wohl echt rollen, ne Das ist ein wenig schwul, würde ich sagen Oh, hatte was gegen Swule Nein, hab ich nicht Not really Alter, wie soll ich das denn schaffen hier Okay Okay So So Scheiße Zack Zack Ja und nu Ich muss mal ganz kurz was gucken Warte mal Zeitspalt Warte mal Jetzt muss ich ganz kurz gucken Eins Zwei Rechts Eins Links Eins Zwei Rechts Aha 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 Nochmal Die sollen nur schaffbar sein Kannst du mal rüberkommen hier Scheiße Hä Wie soll ich das denn machen So Pass auf Eins Zwei Rechts Jetzt muss ich mal ganz genau gucken So Ah Ich hab's Ich hab's Nein Blöds Mistvieh Also Scheiße Ach scheiße Ach scheiße Wartet mal Nochmal So Ne Das war wieder zu zügig Ich hab jetzt auf jeden Fall Ich hab jetzt auf jeden Fall Den Dreh raus Also ich weiß jetzt wo wir hin müssen Äh Ach Fuck Wieder verkackt Mann Mistvieh So Nochmal Vielleicht bin ich auch viel zu schnell unterwegs So Ausgetrickst Weiter geht's Jetzt muss ich erstmal gucken Das ist sehr tricky Hier So Ausgetrickst Anomalie beroben Das war gar nicht so einfach Okay Schätze wir haben noch ein Uhrenrätsel und irgendwas mit kristallinen Bund bestimmt Jetzt können wir ja mal gucken Jetzt können wir ja mal gucken Fragmente Raumzeiten War aber Drei Stück haben wir noch Drei Stück haben wir noch So und zwar So und zwar Also es fehlt uns noch der Glutstein Kristalluhr Moosstein Kristalluhr Oh Oh Nein Also haben wir erst zwei Kristalluhren Blutstein Moosstein Liebsternstein haben wir Risikomarkstein Fehlt uns auch Risikomarkstein Das ist ein Kristallina Bund Also Ach Halsmaul Oh Was ist denn das denn für einer Wo ist der Ey ich find euch cool Ich find euch interessant Bats 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 Ihr habt keine Chance Bats So Dann gucken wir Zack Ah bringt nichts Groß Äh Nichts Sinn groß Zu schocken Hör mir auf jeden Fall Trotzdem Besiege ich die beiden War einfach So Schokobo Weite deines Amtes Schokobo Hallo Ich will da Rauf Kindergarten Ehemaliges Gemeindehaus Hier ist gar nichts Ach schön 10 Katalysatoren Gewinde Hier geht's gar nicht weiter Wir haben genug Fieser Kräuter Würde ich sagen Hier ist das Portal Wo wir herkommen Hab schon entdeckt Ist das hier Schokolina in der Nähe ist Gegenstände Warte Was ist mit Bluttränken Haben wir genug Bis später Gänsebreter Alter Lass mich in Ruhe Absteigen So Dann sind wir jetzt In einer Absteige So Ich denke mal Das wird wieder Ein Kristalluhrenrätsel Sein Was auch sonst Ach Man Bin ich müde Heute Ich bin immer müde Ich bin 24 Stunden Am Tag Bin ich müde Außer wenn ich schlafe Dann bin ich total Schick Behebe De Anomali Ach das ist der Kristalline Bund Behebe Anomali Hallo Zack Zack Machen Machen diese Ne Machen diese Machen eine diese Machen diese Machen eine diese Und wo ist rote Kristall Und wo ist rote Kristall Ist da Ist ein Geist Ah ist ein Geist Ah ist ein Geist wie wir haben Ah ist gut Gehen weiter Bei Rätsel 2 So Gucken Wir haben ein Monster Ein Sahajin So Gucken Eine Machen da Gucken Eine Machen Da hinten So Gucken Eine Machen Gelb Wo ist gelb Gelb Ist kaputt Machen diese Machen diese Machen diese Und dann machen Fertig So Machen diese Und fertig Ist eine Sahajin Glaube ich Ich nichts wissen Ich Pole Aus Österreich So Gucken Gucken Eine Machen Links Gucken Eine Machen Links Ist aber nicht gut Gucken Eine Machen Gelb Gucken Eine Machen Rot So Gucken Eine Machen Orange Gucken Eine Machen Weiß Grau Gucken Eine Machen Lila Da Lila Da Gucken Machen Grün Gucken Machen Türkis Türkisch Und Machen Eine Blau Und Gucken Eine Machen Fertig Ist gut Gucken Gucken Grün Eine Machen Gucken Arte Machen Grün Machen Näzt Pig Machen Diese Dann Machen Diese Und Diese Und Gucken Machen Diese Heute again Gucken Diese Und dann Gucken Machen da. Und gucken, fertig. Ah, ist gut. Oh, gucken, eine Rätsel, vier. So, gucken, machen diese. Gucken, eine Geist. Wo dieser Geist? Wo ist? Ah, dieser Geist ist diese. Ist letzte. Gucken, machen Rot. Gucken, machen Weiß. Gucken, machen diese, Schwarz. Gucken, machen Grün. Gucken, machen Lila. Gucken, machen Gelb. Oder Orange. Gucken, machen Grau. Gucken, machen Blau. Und gucken, fertig. So. In dieser war eine Tomberry Anomaly ist dort. Ist gut. So, okay. Ja. Risiko Markstein. Oder heißt eigentlich Risiko Markstein. und was diese Ah, diese ist gut. Ist gut für Haut und untenrum vorn. Aber bitte nicht legen mit so Hahn an. Weil dann wollen diese und dann machen alle seidig glänzend. Was? Warum du sage nicht labern scheiße? Hey, du Zuschauer. Ich nix labern scheiße. Gib mir 10 Euro. Ich mache dich kaputt. Ich habe Frau, ich habe Familie. Gib mir 10 Euro. Du nicht glauben? Ist so. Ist gut. So. Gehen hoch machen eine Rätsel. Sei dich glänzend. Ja. Ist gut. Nein, ist nicht gut. zu langsam. Ja. Ich wollte das immer wieder erwähnen, weil das kommt ja nun auch ständig in Assassin's Creed vor. Zu langsam. Hey, cool. Wisst ihr was? Ich habe Hunger. Deswegen werden wir gleich mal gucken, wenn wir beendet haben, dann werden wir mal gucken, dass wir mal gucken. Und wenn wir geguckt haben, dann gucken wir zurück. Dann werde ich nämlich was futtern. Dann gibt es hier so schön Gulasch. So. Gulasch mit Nudeln. Nein, gibt Gulasch mit schön hier Sauerkraut in der Soße drin und dazu schöne Kartoffelklöße. Das ist lecker. Das ist so richtig richtig lecker. Oh, dies ist eine Uhr. Ihr machen kaputt diese Uhr. Oh, nicht gut. Ist gut. Oder ist nicht gut. Oh, machen kaputt. Ha. Ihr kann. Ist Uhr kaputt. Tada. So, jetzt gucken wir mal. Behebe die Anomalie. Weißt du was? Wir machen das so. Dann machen wir das so. Kacke. Kacke. Ich hab verkackt. Ich hab schon verkackt. Guckst du? Hab ich Mist gemacht. Weil eigentlich hätten wir diese zwei da unten welche machen müssen. Irgendwann mal. Siehste? Nochmal. Oh, okay. guck mal. Guck mal einer an. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Batz. 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 Irgendwie sind die Rätsel einfacher. Aber dafür mehr mehr Rätsel. Also mehr Uhren Rätsel. Ich hoffe mal es sind nicht so viele hier. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen diese. Dann geht es drei nach da oder drei nach da. Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. denn das ist so kacke. Kacke, kacke, kacke. Voll kacke, kacke, kacke. Scheiße. Jetzt haben wir Mist gebaut. Nee, haben wir gar nicht, glaube ich. Batz. Hey, wir sind gut. Wir sind richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt kommt aber noch eins. Nee, Anomalie behoben und mein Handy fällt mir mal runter. Oder weil ja schon mal gesagt wurde, warum sagst du dazu Windows Phone? Ich sage ja auch nicht, ich habe eine Nachricht auf meinem Galaxy S3. Das ist wie die scheiß iPhone, Leute. Nein, ist es nicht. Ein iPhone ist für mich einfach nur ein stinknormales Handy. Ein Windows Phone ist für mich eher mehr als ein iPhone. Ganz einfach auch durch die ganzen Möglichkeiten. Es arbeitet ja so eng mit einer Xbox und mit dem PC zusammen und deswegen ist ein Windows Phone für mich auch eher was besonderes finde ich. Das ist nur meine persönliche Meinung. Okay. Ach, kristallbunt. Na siehste. Ich weiß, wo wir sind. Wir haben den letzten kristallinen Bund. Äh, ach, kacke. Äh. Machen wir mal hier dunkel. Machen diese. Zack. Und dann gucken machen diese. Und dann gehen bei Portal. Scheiße, Mann. Ich wollte doch einfach nur hier den Faden rüberziehen. Ja, so die Spinnweben, weißt du? Das leuchtende. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Habe ich aber auch schon mal gesehen. denn ich sind sind die die sind und die